Da sage ich mal vielen, vielen Dank an Michael Paveletz für die sehr, sehr nette Übergabe und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Brisant. Schön, dass Sie auch heute mit und bei uns sind. Mal zu Taylor Swift. Ja, die Frau mit mehr Social Media Followern als die USA übrigens Einwohner haben, ist offenbar verknallt. Und er ist kein Unbekannte, auch ein Star, was für ein Wunder, aber er im Football noch, oder Football noch gibt es kein Liebestatement, aber ziemlich heiße Anfeuerungsrufe von der Sängerin und auch inmitten der Familie des Auserwählten fühlt sich Taylor Swift anscheinend sehr, sehr wohl. Das kann wirklich nur noch Liebe sein, oder? Und voller Tatendrang sehen wir uns morgen auch wieder, Punkt 17.15 Uhr. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihnen jetzt noch einen wirklich sehr entspannten und auch zauberhaften Abend, wenn es geht. Machen Sie es gut. Ciao.